Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 im inzwischen neunten Part. Wir haben das Krankenhaus hoffentlich hinter uns gelassen. Zumindest habe ich eine Errungenschaft bekommen, was so oft bisher mal gehießen hat, dass das Krankenhaus geschafft ist. Zumindest haben wir den Puppenmacher am letzten Part besiegt. Wir haben ihn verbrannt, wie bei Hänsel und Gretel. Und ja, was kommt jetzt? Jetzt wo er besiegt ist, haben wir eigentlich keinen Gegner mehr. Wir wären das weit weg. Was kommt jetzt? Wir werden sehen. Es ist hell. Heißt, die Puppen können uns eigentlich nichts. Wir sind getränkautomatisch, vielleicht können wir was kühles trinken, so nebenbei. Nein? Okay. Sondern halt nicht. Ja, dann gucken wir doch mal. Hier gibt es nichts. Moment mal. Nein. Ein Hut irgendwo. Ich habe jetzt in der gesamten Krankenhausareale keinen einzigen Hut gefunden. Das ist irgendwie schade. Ich hätte ja gehofft, dass ich hier noch irgendwas finde, aber nix. Das ist absolut nichts. Aber okay. Weil hier nichts ist, gehen wir weiter. Ich frage mich, was hier jetzt noch kommen kann. Ich habe nämlich absolut keinen Plan mehr. Finden wir es heraus, würde ich sagen, oder? Zusammen. Geht also wieder nach draußen, offenbar. Ja, wir sind dazwischen wieder getrocknet. Okay, wir verlassen also das Krankenhaus und gucken, was jetzt kommt. Ich würde gerne einen Hut finden. Ich will auch nur einen neuen Hut. Ich mag Hüte. Immer nur Hüte, Hüte, Hüte. Wie ich behüte, Hüte, Hüte. Mit meiner Hüte, Hüte, Hüte. Wer hält das aus? Ich möchte hier raus. Aber hier ist kein Hut. Wie viel habe ich denn bisher übersehen? Also mindestens drei. Und die kommen hier gar nicht ran. Ich rüste meine Regenmantel aus. Dann sehen wir sie eher nicht aus. Jetzt, wo es regnet, finde ich, ist noch gar nicht so schlecht. So. Ich hoffe, es klettert sich, wenn ich die Wecken eingerichtet habe. Also mit Greenscreen und dass es ein bisschen düster ist. Wenn ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über Feedback. Okay, wo geht es jetzt hin? Oh. Der hat irgendwas runtergefallen. Sehen wir da schon den neuen Gegner? Oft war es ja ohne Leibniz 1 so, dass wir den neuen Gegner mal gesehen haben. Langsam würde ich nämlich gerne das Rätsel des Fernsees auf den Grund geben. Was? Hallo? Wie nimmt es mal in die Hand? Oder gehen wir zwei Kinder alleine weiter? Kommen wir jetzt schon zum letzten Part. Also zum letzten Kapitel hier. Die Musik wirkt nicht wie Film, äh, wie die, äh, Game-Musik, ja? Jetzt, wenn irgendein Gegner wieder eine Musik macht. Ja. Oh. Pups. Upsi, pupsi. Uah! Warte, wenn ich gesehen habe, was der gemacht hat. Äh, okay. Der hat seinen Kopf offenbar in den Fernseher reingedornert und ist dadurch gestorben. Was sind das für Bilder? Ich muss sagen, wir sind zwischen rausgefunden. Da, wo wir den Regenmantel gefunden haben von Six, das war wohl ihr altes Hauptquartier. Zumindest, äh, haben das viele Let's Play behauptet. Mir ist das sogar nicht aufgefallen. Wenn das wirklich so ist, sagst du, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, denn das würde mich interessieren, ob das wirklich so ist. Wenn jemand das genau weiß. Wir haben ja auch mal einen, der den Fernseher etwas zu sehr geliebt hat. Warte mal. Kann man nicht Stecker rausstecken hier? Nein, kann man nicht. Schade. Oha, knapp. Nicht wurde er fein. Mono. Nicht. Oha, guck mal. Kollege, was machst du da? Was macht er, wenn er mich entdeckt? Ich gucke das mal raus. Weil offenbar, es stört, dass ich ein Lichter sich nicht anleuchte. Hallo? Ist du da? Okay, was macht der mit mir? Das würde mich jetzt schon mal irgendwie interessieren. Wie auch immer. Stören wir ihn mal nicht. Was zum... Komm jetzt also zu den Fernsehsüchtigen, oder was? Moment. Kinderangst. Dass Eltern sich nicht um ihre Kinder kümmern. Weil sie den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen. War das eine Angst? Also bei meinen Eltern nicht. Aber ich kann mir vorstellen, gerade in der Großstadt. Gerade in den Assi-Familien, wo die Eltern den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen. Kann das für ein Kind schon schrecklich sein, oder? Ist schon möglich. Auf jeden Fall. Also zum Glück hat nicht dieses Problem. Weil meine Eltern selten... Es gar nicht Fernseher gesehen haben. Ich glaube, die hatten am Anfang nicht mal einen Fernseher. Da haben sie sich nur für uns gekauft, für uns Kinder, weil wir genervt haben. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Guck mal, hier stellen die Töpfe in, damit die was zu trinken haben. Weiß aber, ich hab immer noch den Hut gefunden. Das ist so schade. Ernsthaft? Der hat einen fucking Fernseher in der Badewanne. Ey, leckt mich doch am Arsch. Ey, wer guckt bitte schon Fernsehen in der Badewanne, Mann. Das ist doch nicht mehr... Es ist nicht mehr witzig, ey. Es ist traurig. Genau das ist es. Aber interessant. Also ich hab ja schon geahnt, dass irgendwas mit Fernsehsucht kommt. Einfach weil... Wir haben am Anfang schon diesen Fernseher hatten. Und das liegt ja irgendwie naheliegend. Außen hieß es ja auch, es geht um Fernsehsucht. Das hab ich auch am Anfang des Spiels auch gesagt. Aber ich dachte, nicht, dass es jetzt schon kommt. Wir sind echt schon so weit. Ich weiß es nicht. Lass es uns gemeinsam rausfinden, liebe Zuschauer. Lass es uns gemeinsam rausfinden. Okay, aber wir kommen jetzt gar nicht raus. Weil wir... Wir brauchen einen Schlüssel. Hä? Kommt, ist jetzt hier so eine Dark Souls-Mechanik? Aha, guck mal. Dark Souls-Mechanik. Während des Fahrsturfs raus... Jeder Dark Souls-Veteran oder jeder Dark Souls-Spieler will wissen, was ich meine. Wo man während eines Fahrsturfs der Pferd rausspringen muss, um zu einem Geheimgang zu kommen. Ja, ich hab Dark Souls-Flash-Prätschen. Bin mir sicher, wenn ein Antwerter spielt, wird er die Witter, die wir da auch haben. Ah, Sex. Problem ist nur... Naja, ich hab keinen Schlüssel, ne? Sex, ich würde hier gerne rausholen, aber... Dafür brauche ich einen Schlüssel. Und wofür finde ich den? Ich weiß es nicht. Hier ist... Ach doch, ist er das nicht? Ah, guck mal. Und da oben ist eine Art Axt, oder? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier oben ist heute schon irgendwas im Secret. Das wäre doch perfekt für einen Hut, Mann. Warum gibt man mir keinen Hut? Ich will auch nur einen Hut. Naja, wie auch immer. Wir haben den Schlüssel. Und können es nichts rauslassen. Tu es aber nicht, Hügel. Wir gehen ohnehin nicht weiter. Tschüss. Ja, ist okay. Wir nehmen mich mit. Aber auch nur, weil wir dich mitnehmen müssen. Sie ist voll traurig. Guck mal. Sie ist voll traurig. Ist ja gut. Ich nehme mich mal raus. Na, komm. Na, komm. Komm mal, die Hand. Na, komm. Du musst doch keine Angst haben. Und nicht traurig. Äh, 6. Komm schon. Okay, ähm, wohin müssen wir jetzt? Blöde Frage. Ah, ich habe eine Idee. Ja, wir müssen wahrscheinlich den Hebel hier bedienen. Ist ja nahliegend. Ist doch das einzige, was noch geht. Ist die Tür offen, ist auch gegangen. Ne. Sagst du, soll da reingehen? Ach, falsches? Mhm. Geh. Ähm. đếnue, laspektarinig. Was ist da? Wahnsinn. Was hat es jetzt gebracht, diesen Hebel anzumachen? Gar nichts, oder? Wieso müssen wir hier wieder runter? Jetzt im Ersten, was müssen wir machen? Hier ist nichts. Bloodwork steht mal wieder auf dem Schlauch. Das legst du halt irgendwie hier hin, also muss ja irgendwas sein. Ihr sagt mir bitte mal, wo wir lang müssen. Das gibt ja eigentlich nur die im Weg hier lang. Alles andere gibt es ja eigentlich nicht. Aber jetzt sehen wir mal unseren Kopf. Kann ich das Ding auch anleuchten? Ja, das legt nichts. Also hier ist ja offenbar auch nichts. Was ist denn Fahrstuhl? Nee, aber das macht ja auch so keinen Sinn. Oh, das ist dein Ding. Die Schlauchkauer, die Schlauchkauer. Ah, Moment mal. Das ist doch eine Idee. Guck mal, da kann man auch links weiter. Seht ihr das? Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit. Ich versuche das gleich mal. Können wir den Kopf kratzen. Ja, das ist normal machen, ey. Ich hasse es. So. Das wäre das die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier noch sehe. Kannst du mit den Schlüssel reinmachen? Danke. Ich habe das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will jetzt eigentlich noch mal abstürzen, deswegen... Ja, und jetzt sagt mir doch, was ich tun soll, liebes Spiel. Es muss irgendwas hier sein. Da muss ich ja vielleicht wieder irgendwie raus. Nein. Er ist nichts, Mann! Mann! Okay, letzter Versuch jetzt. Wenn ich jetzt einfällt, dann... Moment mal, ich hab' ne Idee. Natürlich! Hochfahren jetzt! Hm. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was hat es mit dem Hebel auf sich? Ich glaube nicht, dass es das ist, aber probieren wir es aus. Wäre schon irgendwie arg blöd. Anseln dämig gemacht, auch wenn ich glaube ich immer das Gefühl habe, ich denke, es ist viel zu kompliziert. Doch, guck mal. Ahhhh. Got it. Got it. Ja, haha. Ich bin oben. Okay. Und jetzt? Ja. Das ist ein Ziel. Ich hoffe, dass es kein Ziel wird, sondern das, was ich machen sollte. Ein bisschen Hut. Nein, gibt es natürlich keinen Hut. Wozu nehme ich jetzt? Ich bin auf dem Dach. Okay. Gibt es da oben? Was? Nein, gibt es natürlich keinen Hut. Wir sind jetzt auf dem Dach hier. Okay. Gibt es da ein Ziel gehört? Guck mal. Gibt es da ein Ziel gehört? Gibt es hier runter? Nein, kann ich nicht. Ich wollte es testen. Ich wollte gucken, ob es da ein Ziel gehört gibt, weil das hing da so zum runterklettern. Es hätte ja auch klappen können. Aber guck mal. Ist Six da. Eben war Six nicht da. Ist wahrscheinlich sogar besser, als dass wir gestorben sind. Aber da hinten ist der Sendeturm. Soll ich dir? Und der leuchtet auch ganz hell. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Auch wenn ich doch nicht weiß was. Und wir kleinen müssen das rausrücken. Tür ist zu. Tür ist zu. Das Rätsel war tricky. Das war wirklich tricky. Da muss man erst mal drauf kommen. So Six, hilf mir bitte mal. Die haben echt was drauf, die kleinen. Die kleinen netten Freunde hier. Geronimo. Das war nicht so einfach. Ich will doch nur einen Hut. Wahrscheinlich kriege ich euch damit gerade ziemlich auf den Sack, aber ich will einen Hut. Habe ich schon wegen der sich Hüte. Habe ich schon wegen der sich Hüte. Im Winter trage ich auch keine Hüte. Da trage ich auch nur Mützen. Aber. Im Sommer trage ich eigentlich jeden Tag eine Hüte. Also aus sich muss arbeiten dann natürlich nicht. Ist wohl logisch. Tada. Ups. Falsche Seite. Wie gesagt, ich kriege gerade etwas über die Länge ziehen. So auch 40 Minuten, weil ich hier sehr zu lange für das Rätsel gebraucht habe. Alter, wir haben ja echt Kraft hier, wenn wir uns so hoch ziehen können. Heißt, es gibt ein paar Bonus Minuten für euch in diesem Tag. So. Rinder. Das warme Haus. Was gibt es jetzt hier? Stehen wir nicht. Fickst mir gleich wieder. Äh. Es wird alles nicht sehr sicher, ja. Hier. Es wird nicht sicher. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, sollten wir hier mit ihm laufen. Wow. Weil ich zig so lange überbraucht habe, bin ich jetzt gestorben. Das ist nicht geil. Kann ich den Armut bitte bewegen? Lauf. Steh auf, steh auf, steh auf. Ich bin jetzt gestorben, oder lebe ich noch? Hey, ich bin noch am Leben. Oh, fuck. Nein. Sex. Sex. Komm schon, komm schon. Komm raus da. Du schaffst das. Sag mir, dass du noch lebst. Sag mir, dass dir nichts passiert ist. Dein Bein. Dir geht's gut? Hey, ihm geht's gut. Oh, ich dachte gerade schon, zig stirbt jetzt. Oder er ist verletzt, oder so. Komm, ich nehme mich auch in die Hand jetzt ein bisschen. Ich bin gerade hier irgendwie eher wie so ein Hillbilly-Haus, nicht mehr wie ein Stadthaus. Hier gibt's aber bestimmt nur Hut. Hier im Kind. Oh, stimmt. Meine Taschenhaube ist ja jetzt kaputt. Scheiße. Naja, das war doch Positives. Die Puppen werden nicht wiederkommen. Hä? Aber wo bin ich jetzt genau? Was ist denn jetzt für eine Gegend? Komm mit hier. Es gibt doch nicht irgendwo einen Hut, Mann. Komm mit jetzt hier. Oh, ne. Jetzt zie ich das wieder. Ah, ich hasse es. Ich geh wieder ins, was ich nicht checke. Und ihr kennt es schon. Man kennt es. Kann er mit der Hand vielleicht den Fernseher irgendwie kontrollieren? Und dadurch die Macht des Fernseher kaputt machen? Sind vielleicht deswegen alle so sauer auf ihn und wollen ihn vernichten, weil er... Weil er vielleicht irgendwie die Energie dieses Sendemasters da irgendwie stören kann? Wollen die deswegen alle tot sehen? Es ist immer wieder die gleiche Szene. Die ich aber nicht checke. Aber ich komme immer näher. Was ist ehrlich? Jetzt komme ich bis zur Tür. Endlich! Und? Wer ist er denn? Wir kommen dem Rätsel des Rätsels Lösung offen immer näher. Er ist wahrscheinlich unser Hauptbordstache, oder? Und? Holy shit! Äh... Wer sollte da abhauen? Lauf, Junge! Ist das der Endboss? Ist hier... Ist hier... Äh... Ich habe gerade so viele Wing-Flashbacks. Direkt hier die... Die, äh... Schwerkkraft ist... Ausgestellt. Folgen wir einmal 6. Warum weiß er genau wo ich bin? Und warum führt nicht 6 da rein, wenn das falsch ist? Okay. Aber trotzdem muss er ja irgendwie rein, oder? Aber trotzdem muss er ja irgendwie rein, oder? Und das Bett vielleicht? Und das passiert auch nicht. Äh... Nein! 6! 6! Was? Oh! Jetzt verstehe ich, was das immer für komische Kinder waren, oder... Die wieder als Fernseher-Ding gesehen haben. Hat der 6 in den Fernseher verwandelt? In so ein Fernseh-Ding? Was? Ach nee! 6! Bist du jetzt ein Fernseh-Symbol? Hat dich die Fernseh-Sucht der Erwachsenen selber in Fernseh-Kraft verwandelt? 1,2,3,2,4 1,2,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,4,7,4,5,5,5,5,5,6,5,6,6,7,6,6,6,-6,4,5,5,6,6,6,6,5,6,7, u.5,5,6,6,6,7! Pardon. Wo bin ich jetzt? Was soll ich jetzt vor allem hier? Von hier komm ich doch gerade. Naja, gehen wir wieder hoch. Gehen wir wieder hoch. Also, wir können es können, ja wir können. Holy shit. Können wir uns jetzt von Fernseher teleportieren? Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und wahrscheinlich, ich schätze dann auch mal in der finalen Folge. Seid gespannt, wie das Event, eventuell schon in der letzten Folge ausgehen wird. Was ist so eine spannende Folge? Werden wir Six wiedersehen? Ist Six jetzt für immer eine Fernsehfigur? Oder was auch immer das sein soll? Warten wir es dann ab. Ich glaube, wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall Kommentare. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns hier immer in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mal der Blatt, bis dann Leute. Ciao.